Herr Trost, was können Österreichs Sportjournalisten tun, um Inklusion im Sport und mit beeinträchtigten Menschen, um ihnen in den Medien ein bisschen mehr Gehör zu verschaffen? Ich denke, dass es ein Thema ist, ein Thema jetzt überhaupt nicht mehr vorbeikommt. Es gibt für sowohl die Printmedien als auch für die elektronischen Medien jede Menge Aufholbedarf. Und ich glaube, dass man viel mehr Fokus auf diese Sportrinnen und Sportler legen muss und auch legen wird. Es ist uns eine ganz besondere Ehre, diese Stimmung einfach hier auf dem Podest, in dieser Halle mitzuerleben. Es ist einfach die Begeisterung, die Emotion. Und das quasi als Auftrag von der Stadthalle, es ist schon ein ganz besonderes Erlebnis.